Willkommen zu The Slay Portal 1 Part Nummer 5, glaube ich Warum bin ich hier gerade fest? So, ich bin hier gerade schon mal 5 Minuten rumgelaufen Kam aber nicht weiter, bla 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 Ich bin immer am Arsch der Wetterung gelandet Und ja... Wir haben es noch nicht geschafft Das ist die falsche Richtung Hallo, ist da jemand? Gucken wir jetzt weiter, wo wir lang müssen So, ich bin jetzt bei der Testkammer 1, glaube ich war das Wieder rausgekommen Okay, der Test ist vorbei, gewonnen Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen Ja Der Test war toll, und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung Das war's, kommen Sie zurück Oh je, der Kuchen ist aufgeschnitten Ich hab gesagt, Sie sollen warten arbeiten, aber Sie wollten nichts Es ist alles gut, weil wir gar nicht warten Um... Um... Okay... ... 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 Nein, da komme ich wieder. Ist das die Scheiße, ey. Wo habe ich denn die Spielerspiele ausgebucht? Ah, hallo. So geht man sich erst wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und ich dann wieder. Wir haben doch nur so getan als ob. Das war toll. Warum? Scheiße. Warum? Ich war gerade, der Hülse ist draufgefahren, weil ich doch dazwischen bin, wenn er noch zu war. Ja. Und ich sagte, bis bald. Und ich dann wieder. Wir haben doch nur so getan als ob. Das war toll. Ich bin niemals. Ich bin niemals im Haus. Mmh. Wasser. Fuh, geht weg. Gott, was ist das für eine Scheiße? Ah, steht hier nicht. Was ist das für eine Scheiße? Aha, gut gut, gut gut, verstehe schon, ok. Aioooo Oh! Was ist mein Leben umgevögeln oder so? Gott! Guck mal, ich stehe noch, oder? Guck ich denn hier? Guck ich hier eigentlich einfach irgendwo rein? Finde ich so aus, irgendwie. Ah, Gott, verdammt die Scheisse. Ich habe nur Gott verdammt die Scheisse. Oh, ich werde hier wieder. Das ist voll die Scheisse, ich habe keinen Bock mehr. Und wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe meine Scheisse. Oh, was ich jetzt sprechen? Oh Gott, ich weiß nicht. Das hat mich really schön. Oh, Gott ich bin! Guck mal, ich bin! Ha! Say what? Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man damit mal nachlegt. Irgendwann können wir darüber lachen, und lachen, und lachen. Oh man, ja. Kommen Sie doch einfach zurück. Ja, ich hoffe, ich habe viel mehr mit hier zu kommen. Oh Gott, nochmal. Ist das eine Geburt? Ist das eine Geburt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist fucking awesome, Paul Lappen. Oh Gott. Okay. Oh Gott. 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 Oh, ich hab'n Problem. Verbiss dich, du Bastard! Okay. Hallo! Hallo! Ich bin nicht. Oh, ich hab'n Licht. Oh Gott! Hallo! So, jetzt steh' mich jetzt irgendwie aufmachen. Ah, hallo! Machen wir nächstes Mal weiter. Oh Gott, ciao!